Und damit willkommen zu einer Folge Clash of Clans mit mir dem Thorsten. Ja, ich bin zurück aus dem Urlaub, Leute. Sehr, sehr schick. Aber ich habe auch nichts verpasst hier in Clash of Clans. Also auch die Wochen, wo ich im Urlaub war, habe ich hier so ein bisschen Clash of Clans gespielt. Und ich muss auch gleich ein bisschen was machen. Also wenn wir mal so ein bisschen das Liga-Fazit durchgehen. Ich weiß, es gab ein Update und da kann ich auch ganz, ganz viel von berichten. Aber ich will auch so ein bisschen in der Spur bleiben. Also wir haben ja während meines Urlaubs auch Liga gespielt. Und die haben wir gar nicht mal so schlecht absolviert. Nur damit ihr es wisst, falls ihr in ein meiner oder unserer, nicht meiner, sondern unserer drei Clans beitreten wollt, wisst ihr in etwa, wo ihr dran seid. Und deswegen fange ich eigentlich so ein bisschen ein oder zwei Tage verspätet an, was so das ganze Update angeht. Mit den Verbesserungen oder Verschlimmbesserungen, mit den Kisten öffnen etc. Erstmal Liga, erstmal wieder reinkommen hier in Clash of Clans und dann schauen wir mal weiter. Im Clan Totos Bande. Ich bin mit dem Toto wieder in Totos Bande gelandet und werde jetzt auch gleich ein paar Helden machen, weil die habe ich jetzt auch eine Woche nicht gemacht. Aber was ich eine Woche gemacht habe, vielen, vielen Dank nochmal an den Kollegen Nachtschatten, dass ich sieben Tage lang hier die Clanbogen befüllen durfte. Und er hat einfach mal gar nichts gemacht. Oder vielleicht doch einen halben Tag hat er mal was gemacht. Aber ich durfte die Clanbogen hier jeden Tag befüllen. War aber nicht so schlimm. Selbst im Urlaub so ein bisschen abends ein bisschen zocken und so ein bisschen Clashen. Dann Liga spielen, dann wieder wechseln. Wir haben ja auch CKs gespielt in Clan Deutschland Ed noch nebenbei. Drei Stück haben wir gespielt in dieser einen Woche. War auch echt cool, muss ich sagen. Und es sind hier jetzt natürlich ein paar Angriffe untergegangen, weil wir waren hier mal wieder in der Hit-Up Woche. Also Hit-Up heißt immer, wir müssen mit unseren schwachen, ich nenne sie mal schwache Rathäuser, an stärkere Rathäuser immer nur ran. Und weil dieses, es gibt ja kein Liga-Matchmaking, sondern letztendlich nur in den normalen CKs so ein bisschen Matchmaking. Aber hier in der Liga gibt es das halt leider gar nicht. Und dementsprechend sahen wir auch gut aus, muss ich sagen. Wir haben Crystal 2 gehalten, ganz, ganz easy peasy. Auch wenn wir am Ende hier überhaupt nicht mehr angegriffen haben. Ihr seht das hier im letzten Clan-Krieg, zehn Leute haben nicht angegriffen. Also ich war dann auch mit dabei. Ja, tatsächlich, ich war auch mit dabei. Aber wir wollen uns in allen drei Clans hier die letzten Angriffe gerne anschauen. Und den letzten Angriff hier hat Pummelvieh gemacht. Sehr, sehr cool. Mit zwei Sterne auf die Nummer 5, 5 auf 5. Das ist Rathaus, ich glaube es ist Rathaus 13, nee es ist Rathaus 12 auf Rathaus 14. Das meine ich mit Hit-Up. Also immer wieder zwei Rathausstufen hoch. Und wie man sowas machen kann, das wisst ihr selber, denke ich mal. Da gibt es verschiedene Strategien. Mit Blimp, ohne Blimp, Safe Blimp. Oder wie sie es hier macht mit den Yetis und mit den, ähm, mit den Yetis und mit den, mit den Bowlern. Ein Eisguller mit dabei. Flamefinger hier von der rechten Seite, beziehungsweise von der 6 Uhr Seite her. Und damit kann man eigentlich ganz gut leben. Mit dem Wordenborg dann auch. Ähm, ein Sprungzauber dabei, ein Zweigiftzauber dabei. Okay, ich denke mal das ist ein Versehen. Ich denke mal das ist ein Versehen, zwei Giftsauber. Ähm, hat die nie dabei. Normalerweise hat die immer ein Gift dabei und den nimmt sie dann nie. Deswegen sind zwei Giftsauber mal so richtig unnötig. Aber, vielleicht sind sie doch nicht ganz so unnötig. Wir schauen mal rein, es sind ja zwei Sterne geworden. Aber wie werden zwei Sterne im Hit-Up-Bereich und äh, ich habe mir auch viel den Kopf zerbrochen. Ich habe auch manchmal ein bisschen gewechselt tatsächlich. Ich habe ja eigentlich in dieser Hit-Up-Woche nur zwei Strategien, die ich mit den kleineren Rathausstufen spiele. Nämlich Hybrid, also Miner und die Hox. Oder aber ich nehme eine Blimp mit einem Lalo dahinter. Die sind eigentlich auch immer ganz gut für zwei Sternchen. Äh, wenn es darum geht stärkere Rathausstufen irgendwo zu machen. So ein paar kleinere Modifikationen gibt es ja in den kleineren Rathausstufen. Komme ich jetzt aber die Tage mal drauf, was das für Auswirkungen auch für uns hat und für diese ganze Clash-of-Grenze-Welt. Aber, ähm, seid euch gewiss, dass ich das nicht verpasse, dass es auch ein Update jetzt in dieser Zeit gab. Also lasst euch nicht jetzt verwirren, weil so nach dem Mototrutor das ganze Update verpasst. Nein, habe ich nicht. Ich habe es auch beobachtet. Ich weiß, was vorher kam, nachher kam, etc. Und was noch kommt und was noch cool ist. Aber das kann ich alles nicht in einer Videofolge fair arbeiten. So muss ich sagen. Und ich wollte auch so ein bisschen in der Reihenfolge bleiben. Also so ein bisschen Liga-Fazit hier. August Liga 2024. Wie gut, wie schlecht. Wie gut oder schlecht ist das Matchmaking gewesen? Und wie haben wir abgeschnitten? Klar, mich interessiert natürlich auch, wie ihr abgeschnitten habt. Also war die Liga diesmal ein bisschen cooler, ein bisschen fairer? Oder seid ihr jetzt erst in diese Liga eingestiegen und habt euch jetzt erst in eine Liga hochgekämpft? Oder seid ihr vielleicht extra abgestiegen, nur damit ihr wieder so ein bisschen fairer gematcht werdet? Das würde mich immer ganz gerne interessieren, wie so die Clans agieren. Auch da hat sich ja ein bisschen was getan. Clansuche, etc. Aber ich komme da wirklich in den nächsten Videos mit drauf. Ich bin dann vielleicht ein, zwei Tage so spät. Aber letztendlich hat ja auch jeder Content Creator seine eigene Meinung zu gewissen Dingen. Und ihr solltet auch auf jeden Fall meine Meinung kennen. Und vielleicht auch, ich will nicht sagen schätzen lernen, aber ihr könnt euch das gerne anhören oder auch nicht. Was ich letztendlich von dem Update halte, also von diesem September-Update. Und wie ich das so für mich bewerte, vom kleinsten Account zum größten Account. Aber hier haben wir gut was gemacht. Ich kann das gar nicht machen. Ich bin gar nicht Anführer, weil ich hier die ganze Zeit hin und her gewechselt habe in den Clans. Aber wir gucken mal in einen anderen Clan. Das hat sich auch ein bisschen verändert hier, das Overlay hier. Das seht ihr, das ist jetzt da irgendwie so ein bisschen in die Mitte gerutscht. Weil warum, weiß ich gar nicht. Das war vorher ja auch schon gar nicht mal so schlecht. Aber wir gehen mal, jetzt muss ich mal gucken, welchen Account habe ich da eigentlich drin? Ich glaube, ich habe den Zap da drin beim Clan Free-to-Play. Der Clan Free-to-Play, richtig, richtig und wichtig. Ganz, ganz tolle Clan-Kriegswoche hier. Also ich bin auch sehr, sehr stolz auf die Member hier, die hier mitgekämpft haben. Und auch auf mich. Ich habe nämlich nur die letzten zwei oder drei Tage mitgekämpft. Und ich habe mich also auch mit dem einen oder anderen Account herausgehalten aus der Liga. Erstmal ganz bewusst, weil ich habe halt im Urlaub auch nicht so den Ultra Bock, den ganzen Tag Clash of Clans zu spielen. Und habe dann den einen oder anderen rausgelassen, weil die anderen, so will ich es mal sagen, auch genug waren. Ich habe dann irgendwann drei Tage vorher gesagt, okay, ich kann auch wieder mitspielen mit Avatar hier im Clan Free-to-Play. Und aber jemand hier, einer der Co-Lieder hat das auf jeden Fall treffend bemerkt. Echt super Liga, tolle Woche, alle Angriffe gemacht. Das ist unheimlich wichtig. Alle Angriffe gemacht und trotzdem nicht aufgestiegen, obwohl wir sieben Siege dahin gefahren haben. Wir haben sieben Siege dahin gefahren und bleiben in Meisterliga 3, was auch nicht schlimm ist. Das ist auch in Ordnung. Aber dennoch, Leute, wir haben sieben Siege davon getragen. Ihr seht das hier, alle sieben, alles fertig und trotzdem nicht ganz aufgestiegen, weil uns halt zwei Sternchen fehlen. Ist so. Ist einfach so. Und ich würde auch sagen, wir gucken uns auch hier den allerletzten Angriff an in dem Clankrieg. Auch wenn er, oh, der war sogar noch vor uns. Okay, es ist der Lars. Mit einem, was hat er genommen? Ja, Drachenangriff. Drachenangriff sind im Moment sehr, sehr stark. Auch in den Rathausstufen 15 und 16. Wirklich gerne genommen. Mit einer wirklich extrem langen Blimp hier. Die landet auch gar nicht mal so schlecht. Mal sehen, was er hier reißen kann. Noch vier Unsichtbarkeitszauber. Ich denke mal, das Rathaus bekommt er nicht. Da sind die Bogenschützchen hier ein bisschen weit weg gelandet. Aber besser weit weg landen und ein bisschen was weg bekommen. Monolith wäre gar nicht mal so schlecht. Wenn der noch fällt, der fällt auf jeden Fall. Und er bekommt das Rathaus auf jeden Fall angehittet. Ob er das mit den Bogenschützchen da auch noch schafft? Ich glaube nicht. Dafür sind die nicht lange unsichtbar genug. Und dementsprechend muss er jetzt mit seiner anderen Truppe kontern. Clanbogen habe ich diese Woche auch festgestellt. In allen drei Clans. Also sowohl Todesbande als auch bei Free2Play. Als auch bei den Herausforderern. Immer, fast immer mit da drin. Ice Golems. Viele, viele Ice Golems. Die nerven halt. Die kosten dir Zeit. In der Zeit, wo du die Ice Golems bekämpfst. Sie sind ja nicht so ultra stark in der Verteidigung. Aber sie nerven halt. Weil du musst die AP runterklopfen. Und danach haben sie noch diesen kleinen Freeze-Effekt. Und wenn du dann auch noch in Defenses stehst. Mit dem Freeze-Effekt ist das natürlich umso suboptimaler. Aber er hat jetzt mit den Helden das Rathaus hier geholt. Aber dennoch habe ich halt auch selber für mich so ein bisschen gemerkt. Okay, viele nehmen die Ice Golems mit in die Defensive. An der Defensive könnte Supercell auch nochmal ein bisschen arbeiten. Sie haben ja wirklich an vielen, vielen Schrauben jetzt was gedreht. Auch wenn es an vielen oder einigen Schrauben um Kosmetik geht. Komme ich auch noch in einem Video drauf. Wenn es auch um Kosmetik geht. Aber auch hier am Matchmaking, am Gaming, an den Truppen, Verbesserung, Verschlechterung etc. Ist ja auch ein bisschen was, was ge- oder verändert worden. Obwohl man es noch gar nicht so wirklich festgestellt hat. Vielleicht ist es auch gar nicht fair oder geändert worden. Weil die letzten Links, die ich immer geklickt habe von Supercell, da hat mein Safari mal gesagt, den Link gibt es nicht. Und ich konnte mir die veränderten Werte gar nicht ganz anschauen. Aber viel hat er hier auch wirklich nicht mehr. Da muss die Queen noch so ein bisschen reißen. Und die hat aber auch noch ein Pony. Aber die Drachen sollten das ja eigentlich locker packen. Da oben auch. Worden ist auch noch mit dabei in der Range. Also auch hier schöne drei Sterne für den Lars hier bei Free2Play. Und ja, leider nicht aufgestiegen. Ist aber glaube ich nicht so schlimm. Ich denke mal, niemand ist hier traurig, dass wir nicht aufgestiegen sind. Weil es war trotzdem, das muss man ja auch manchmal sagen, eine coole Woche. Alle Angriffe gemacht. Keiner hat einen Angriff vermisst. Und das ist eigentlich schon 100 Prozent hier. Das ist eigentlich schon echt 100 Prozent. Weil in der Vergangenheit war es immer mal so der eine oder andere, der ein bisschen was verpennt hat. Oder einen Angriff nicht gemacht hat. Es gab, glaube ich, ich weiß gar nicht, gab es vergebene Angriffe? Ich glaube, es gab doch vergebene Angriffe. Und wir haben trotzdem hier gewonnen. Aber das war erklärbar, weil wenn jemand krank ist, AFK ist, überhaupt nicht hier reinkommt, dann ist auch das erklärbar. Aber wie gesagt, sieben Spieltage gewonnen. Und Bonus ist hier schon vergeben. Wir können jetzt gleich auch wieder in die Suche reingehen. Also hier ist alles schon gelaufen. Und last but not least, kurz mal in den Clan Herausforderer reingeschaut. Und da muss ich jetzt vorher erstmal was machen. Ich muss mich nämlich jetzt erstmal in die Ecke stellen. Ich muss mich erstmal in die Ecke stellen. Und zwar ziemlich lange. Warte, fünf Minuten Ecke stellen. So, die fünf Minuten sind um. Das reicht, Leute. Die fünf Minuten sind um zum Schämen. Ich habe nämlich diese Woche drei One-Stars hingelegt. Drei One-Stars hingelegt. Derjenige, der immer sagt, Leute, macht safe zwei Sterne. Legt einfach drei Spieltage hier in One-Star hin. Was auch nicht schlimm war. Das war das Schlimme hier. Das war auch nicht schlimm. Denn wir haben auch hier die Liga beim Clan Herausforderer super gespielt. Wir sind aufgestiegen in Champions 3. Ich habe immer gesagt, wir gehören da hin. Obwohl wir Rathaus schwächer waren. Wir haben unten einen Rathaus 15 gehabt. Der aber die 16er echt gut weggepowert hat, muss ich sagen. Und deswegen absolut verdient hier diese Gruppe. Mit 328 Sternchen. Wir sind noch nicht mal bester in den Prozenten. Ihr seht das. Nummer vier hat noch mehr Prozente als wir. Selbst Nummer vier hat noch mehr Prozente als wir. So muss man es sagen. Und die anderen sind auch sehr, sehr dicht am Start. Aber wir haben halt alle Clan-Kriege gewonnen. Und der zweite Clan hat halt nur gegen uns, nee, noch nicht mal gegen uns verloren. Die haben auch zweimal verloren. Okay. Die haben zweimal verloren, aber trotzdem gut mit den Sternen abgeschnitten. Also in den Clan-Kriegs-Ligen hier wird es immer enger. Selbst mit zwei Niederlagen wirst du hier echt super Zweiter. Wir haben jetzt hier keine einzige Niederlage hingelegt, sondern wir haben nur die Siege. Und auch hier will ich euch den letzten Clan-Kriegs-Angriff zeigen. Chromo hatte allerdings Druck, weil ich vor Chromo einen Ein-Sterner hingelegt habe. Und damit hatten wir noch nicht gewonnen, Leute. Damit hatten wir noch nicht gewonnen, wenn Chromo zwei Sterne holt. Also hatte Chromo ein bisschen Druck und musste drei Sterne holen, damit wir den letzten Clan-Krieg auch gewinnen. Wir hätten ihn auch verlieren können. Ja, wir hätten ihn auch verlieren können. Der Gegner hätte ruhig zehn Sterne für den Gewinn noch dazu bekommen. Und trotzdem, glaube ich, hätten wir gewonnen. Also die Liga gewonnen. Aber wir hätten einen Clan-Krieg gewonnen. Einen Clan-Krieg nicht gewonnen, heißt ein Bonus weniger vergeben. Deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, wenn man denn spielt, dass man sich nicht gehen lässt und sagt, ja komm, der Gegner kann ruhig mal einen gewinnen. Nein. Ihr solltet euch immer sagen, gewinnen, gewinnen, gewinnen. Je mehr gewinnen, desto mehr Bonus. Ganz klar. Wir gucken mal, wie es gemacht hat hier mit Superhexen. Ist auch im Rathaus 16-Bereich, glaube ich. Ich will nicht sagen, im Moment so ein bisschen eine der meistgeliebtesten Angriffstrategien. Ihr seht, das Rathaus da hinten lebt immer noch. Ja, und der Weg ist auch unheimlich weit. Aber auch die Zeit tickt natürlich so ein bisschen dagegen. Schöne, ich weiß gar nicht, ob die Wortentzündung schön war mit Feuerball. Den hat sich auf 27 im Hard-Mode. Auch da hat sich ja was geändert. Braucht man ihn nur noch auf 21 haben, weil dort werden die Ausrüstungen downgegradet. Was auch witzig ist, muss ich sagen. Ja, du levelst die hier bis 27. Aber ich denke mal, die Liga ist immer nur einmal in der Woche. Oder wann spielt man mal Hard-Mode? Vielleicht in den Turnieren oder in einem Freundschaftsklankrieg, wo du dann das letztendlich nutzen kannst, wenn du die Ausrüstung nicht auf 27 hast. Sondern es reicht, dass sie 21 sind, weil sie halt auf 21 runterskaliert werden. Und das ist auch sehr, sehr unglücklich, muss ich sagen. So ein Zwei-Fronten-Angriff mit dem Stehen im Skelett. Ich sehe das jetzt gerade. Ich sehe den Angriff auch zum ersten Mal. Und Zwei-Fronten meine ich, dass die Truppen über zwei Fronten reingehen und sich dann nochmal Richtung Rathaus sammeln müssen. Aber, und natürlich immer weniger werden, nur man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass die, dass die Big Boys von den Hexen überhaupt nicht sterben können. Die können überhaupt irgendwie nicht sterben. Einen haben wir jetzt gerade sterben sehen im Monolithen. Aber ihr seht, dass der Monolith lebt auch noch am Ende. Und schöne Gladiatorenzündung hier mit den Huggies. Und dann sind das auch hier nette 100%. Also Superliga hier auch beim Clan-Herausforderer. Und wenn es darum geht, in unsere Clans reinzukommen, Link, beziehungsweise die IDs zu den Clans unten in der Beschreibung, also in der Description von diesem Video. Und auch da hat sich ja ein bisschen was verändert. Ich werde darauf eingehen, Leute, die nächsten Tage. Aber ich wollte hier so ein bisschen Urlaubs-Liga-Fazit mal nachholen. Und also Clash of Clans holt mich auch im Urlaub nicht ein. Ich spiele halt ultra gerne Clash of Clans. Und da macht mein Urlaub auch nicht wirklich Stopp im Moment. Natürlich so ein bisschen, was so wieder so Arbeitsbeginn angeht, erst mal alles abarbeiten. Und ich habe aber schon gestreamt. Wir werden auch am Mittwoch wieder streamen und auch am Freitag, denke ich mal. Also die drei Stream-Tage in der Woche sollen auf jeden Fall irgendwie durchgebracht werden. Das kriegen wir auch hin. Ich hoffe, ihr seid auch mit dabei auf HTTPS-schräger-schräger-twitch.tv-schräger-toto-clashed. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ich würde mich noch viel, viel mehr darüber freuen, wenn ihr mir hier einen Daumen da lasst. Oder vielleicht auch sogar einen Kommentar, auch wenn ihr ja faule Kommentarschrauber seid. Und dann sehen wir uns in weiteren Videos. Vielen lieben Dank, Leute. Okay, das war jetzt mein Kabel hier vom iPad. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Toto. Clashed.